Heute haben wir einen schönen Bespreis. Seid gespannt. Hier ein schöner Plus-Place, eine alte Seche. Hier können sich die ganzen Leute waschen, die Aufenthaltsbereiche hier. Hier war der Kloentrad. Hier ist ein Heizkessel, hier wurden Unkleid erlaubt. Hier haben wir die Kloentrad. Hier haben wir die Kloentrad. Hier ist alles runtergeknopft, die ganzen Waschbäcken. Hier sind wir wieder Zerstörer. Waschbäcken. Hier haben wir die Kloentrad. Hier haben wir die Kloentrad. Hier haben wir die Kloentrad. Das war nicht so viel. Das war ja die Verwaltung von den Frauen. Die Kumpels sind eingefahren geworden. Hier haben wir die Kloentrad. 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 Oh Gott, hier ist es gut. Schöpfen mal da händen. Ein bisschen V-Stuhl. Ein Klassenraum wie ein Schulzimmer. Schönes Jahr zur Klammer gefeilt. Hier haben wir eine alte Elektro-Winter. Da geht hier ein Schacht runter. Wir sind jetzt im Dachboden und wir machen jetzt wieder zurück. Sehr interessant. Jetzt sind wir im Duschbereich, wo die Leute sich getuscht haben. Hier waren sie sogar ein eigenes Bad. Hier war ein Duschreiner. So, wie ihr sehen könnt, hier sind die Ketten. Und hier hängt es praktisch anbrennen. Und dann hat er praktisch jeder seine Klamotten oben aufgehängt an der Decke. Und die konnten sie runterlassen. Und wieder hochziehen. Wahnsinn. Wahnsinn. Und hier hängt noch eine Klamotte von irgendeinem Bergmann. Seht ihr das? Der Rest ist leider alles dort. Hier wird es überall aufgehängt. Wahnsinn. Ja. 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 Ja.